Musik Hi, ich bin Naomi John und ich spreche Jasmine in der siebten Folge von Rick and Morty. Sie ist eine von den coolen Quado Kids mit einem kleinen Plot Twist und ich spreche auch noch einen sexhabenden Stein, ganz wichtig. Wer ist deine neue Freundin, Quoie? Sie ist süß. Warum kommt ihr nicht zu uns an den Tisch, Leute? So, ich bin jetzt done. Es war eine richtig, richtig coole Erfahrung, also mein erster so Grundsprecher-Job. Es hat so Bock gemacht, also Warner TV, falls ihr nochmal jemanden braucht, ich bin da. Hey, ich bin Jay Samuels und ich spreche Jimmy Haddocker in der neuen Rick and Morty Staffel. Verdammt, Summersmith. Du bist und bleibst ein Rätsel. Ah, da sind ja die Raketen. Übrigens, ich bräuchte noch ein Mädchen, mit dem ich dienstags rummachen kann. All right, Leute, ich habe jetzt eingesprochen für Rick and Morty Staffel 7. Das war meine erste Synchronrolle überhaupt und Rick and Morty ist auch einer meiner Lieblingsserien. Ich bin also sehr gehypt, hat mega Spaß gemacht. Falls ihr die siebte Staffel sehen wollt und sehen wollt, wie ich darin gesprochen habe, entscheidet ein am 15. Januar auf Warner TV Comedy und verpasst das Ganze nicht. Das ist ziemlich cool. Soll ich überhaupt rauslaufen? Ich habe euch gehört hart. Untertitelung des ZDF, 2020